servus freunde maximal einsatz am start hier auf dem youtube kanal von 4o apache wundert euch nicht über die background sounds ich bin gerade wieder anderer städte unterwegs und probiere die automaten für euch zu pushen dann siehst du dich nachher wo sind die da oben ja ist aber ganz schlecht okay ist weit weg jetzt sehe ich das langsam zurück auf mich dann sagst du max wo sind wir jetzt max wo sind wir jetzt machen kurze pause auf unserer raststädtentour wir sind jetzt im hochsauerlandkreis schön bergig schon ganz cool sind von hamburg los gestartet bisschen längere tour wie wir ankommen ist wahrscheinlich spiebank zwei uhr ist automaten seitlich stuttgart am start heute keine pause raststädtentoursteil mal eben so wie vorhin haben wir auch schon zwei kisten platt gemacht also was heißt platt gemacht aber 400 euro rausgeholt auf die raststädtentour plattlage mit dem sitz noch einer 10 cent modus wahrscheinlich aber der affär 5 checkt auf jeden fall unseren kanal 35.000 euro investitionen jetzt in drei vier monaten werden weggeklatscht eiskalt auf th 5 das städtentour spielhallen und ja jetzt exklusiv heute spieber kurzes announcement props an apache welcher die nutzungsrechte für unser video material hat 40 tage youtube über eine million aufrufe und über 3000 abonnenten apache du bist der beste wenn ihr uns mal live zuschauen wollt beim zocken wir sind jetzt aktiv mit online casinos tube auf youtube und auf twitch nach wie vor werden bei unseren partnerkanälen 4 euro apache hanseratte und bigwin natürlich videos aus spielhallen von th 5 sessions kommen aber auch die oct crew wir und ich sind wieder aktiv wir sind jetzt seit zwei wochen aktiv mit ii live streams aus der spielbank aus der spielhalle und natürlich auch online denn die so ist schon dritte session jetzt oder vierte stream schon seit drei vier stunden digga also ich habe gesagt vormittag starte ich also ich war um 13 oder 12 uhr schon am start jetzt jetzt kommt quickspins jetzt will jemand schreit baller doch nicht so durch jetzt seht ihr mal hier live was eine neustellung ist im stream guckt das ist das digga er ballert die spiele so durch und gibt nicht mal verlängerung oder so krank wie ballert er so jetzt war es das urpause bam ich kann nicht mehr spielen jetzt kommt hopper leer digga das ist der absturz dinge nach vier euro oder sechs euro macht der hopper leer ich platz auf sowas so dass scheine geben der wernsohn alter aber mal schön jetzt seht ihr mal endlich das gute ich habe es jetzt mal live auf video was ist th5 wie geht das ab was ist nullstellung aber np no worries wir haben hier auf der linken kiste munition ja hast du noch nie gesehen deswegen sage ich ja ist ganz geil ich mache eben overlay rein ich muss umbauen wie gesagt ich zeige euch mal eben hier seid ihr da ist hier chat ich habe hier komplett equipment aufgebaut mikrofon novoline 1 und der zweite kommt jetzt also kurzen zwei minuten kamera auf den linken automat aufbauen bis gleich bin noch aber im mikrofon an start also wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt wenn wir live zocken schaut auf twitch.tv online casinos tube vorbei in diesem sinne stay tuned online casinos tube bis tschüss ah digga da gibt immer zwei scatter der hund honi oh auf dem 15er ich wette jetzt kommt nix bruder wir haben trock auf dem 15er guck mal wenn er das bild von vorhin jetzt macht bei wild desire auf dem 15 das war schon pass auf niete ich kriege immer nie das war es zwei bruder danke die fünf dollar donation nein aber die neuner und die damen fuhl und die zehner auch dabei digga auf dem 15er wild desire heute läuft bei mir wild desire krass bruder wollen keinen weinen dazwischen er gibt genau die 3k wieder bruder endlich ich habe vorhin noch ein erzählt dieser hund erhält mich nur auf 3k seht ihr ne heute dritte vierte mal 3k gericht alter ich habe vorhin noch erzählt irgendwie seitdem ich jetzt wieder aktiv bin seit einer woche ne kommen die ganzen leute aus den old-school tagen hier follow age auf twitch drei jahre und so ne und schicken mir ihre ganzen immortal romans bilder und ihre ganzen break the bank bilder und halt die slots die wir noch so kult gemacht haben so hier im OCT bereich mit den kumpels und ich sag immer digga ich habe noch nie wild desire gekriegt die leute kriegen alle fünf symbol walzen wild desire voll A5 15er ist das jetzt kein dicker win aber zumindest hat er zwei serien reingemacht damen und neuner alter Ja baron hör auf Hätte wäre könnte sind todt ich weiß deal or no deal die letzte runde hat mich gefickt deal or no deal lief ja auch gut digga alter ember zahlt zahlt heute viel im base game digga Ach komm komm runter 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 ganz schnell 10 50 war heute der beste einsatz Obwohl 15 hat gut gezeigt müssen wir gleich noch mal 15 probieren Erstmal diesen modus So donations genau da war ich backen geblieben Viele wissen ja ich reise so viel halt beruflich und ich lebe ja seit früher 2018 im jahr war und ich bin auch ganz viel in diesen casinostädten wie makau und 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 aber auch generell so Also die donations hier ich post das mal eben Im chat gibt man drei bei los 10er Ja digga karma ist heute da bruder Oh digga Oh wir haben michael auch freigespielt Sorry ne ich weiß ihr wollt abwechslung aber ich mache nur ember brudis ich mache nur ember Also die donations investiere ich in den streaming giveaways und äh ich bringe halt coole sachen von meinen reisen immer mit richtig geilen stuff Aus den ganzen top casinos und 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 so Es wird auch paysafe kartenverlosungen geben watch time points und so Ich upgrade das alle follow und einfach mal auf den social media Jetzt zieh mich nicht mit 200 mark ab alter hier komm Digga wir müssen ember nehmen sorry sorry ich habe so oft das spiel gespielt seit seit jahren Troy und michael digga Digga auf den 10er doch jetzt nicht digga Ember ist schon heavy digga wir müssen ember nehmen Digga ich bin sorry dass ich gerade warte aber der stream lag gerade ober ist gerade voll abgekackt aber jetzt läuft es wieder hört ihr mich wieder Weil ich würde durchdrehen alter wenn die wenn die freispiele alter jetzt hier auf was haben wir 10er Nicht laufen würden so ember ganz klar wie gesagt ich kenne das spiel und auswendig wir haben das schon vor jahren gespielt mit den kumpels hier Ember oder sarah Kommt eh nix ich sehe ich ich brauche mich jetzt gar nicht freuen alter Die ganzen dinger und der lag vor allen dingen ich bin noch im stream live Okay Oh buddy lex Warum passiert denn jetzt sowas bei den freispielen man Jetzt DREI JAAA DIGGA BIRDA EINF Ich hab washaftigste Bilder im Haufen von Rotten Romans DIGGA 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 Ich hab washaftigste Bilder im Haufen von Rotten Romans DIGGA auf Youtube DIGGA DIGGA LUCAS PIP BERGO DIGGA 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 Was ist das nun? DIGGA 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 DIGGA